Willkommen bei Blog Reporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen und damit herzlich willkommen zur neuen Bitcoin Chart Analyse. Ich habe dir hier schon mal was vorbereitet. Du siehst hier eine wichtige Linie, ein Key Level bei 19.942. Das ist ein ultra wichtiges Level. Dieser kleine Pump, den du hier schon siehst, den werde ich dir auch noch erklären. Dazu brauchen wir aber nochmal eine wichtige Trendlinie, die wir zeigen oder die wir einzeichnen, die auf den Corona-Dump zurückführt. Das heißt, dieser Monatsschluss und deswegen unbedingt noch im oder vor dem September gucken oder gerade wenn es September ist und du siehst das Video, allerhöchste Eisenbahn dieses Videos zu gucken, zeig es auch gerne deinen Freunden. Das müssen wir jetzt besprechen. Damit alle Infos im Video, viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Schön, dich auch wieder begrüßen zu dürfen. Ja, ich habe es ja schon gesagt, das wichtigste Video, was wir jetzt hier haben können. Also, nach dieser harten Rejection am 200er EMA hatten wir uns ja erarbeitet und der Aussage, naja, diesmal wird es schwer für den Kurs nochmal nach oben zu pumpen, kam jetzt auch tatsächlich hier nochmal der bärische Ausbruch nach unten und dieses Key Level ist wichtig aktuell. Wenn der Kurs darunter schließt, haben wir ein Problem. Wir wollen jetzt aber nochmal schauen, warum der Kurs jetzt hier gerade abverkauft wird. Ich habe ja so vollmundig gesagt, wir werden gleich noch eine Trendlinie haben, die bis zum Corona-Dump zurückführt und dafür müssen wir uns jetzt erstmal diesen Corona-Dump holen. So, unser Corona-Dump ist hier hinten nicht zu verwechseln, hier mit der schönen Kerze hinter mir. So, zack, hier hinten. Das ist ja unser 1. April, diese Kerze. Ich liebe das. Da hat ja unser Bullrun gestartet, beziehungsweise das Ende des letzten Krypto-Winters. Darauf hoffen wir jetzt auch. Vielleicht nächstes Jahr zum 1. April und ich glaube, dann wollen die Leute mit uns wirklich veräppeln. So, du siehst es hier schon. Ich habe es hier schon vorbereitet. Habe ich ja gesagt, Monthly Support. Ist sogar richtig geschrieben. Wunderbar. Also, das ist unser Monthly Support. Da werden wir gleich nochmal näher drauf eingehen. Wir wollen aber trotzdem nochmal hier die Trendlinie uns holen vom Corona-Dump hier hinten. Wir erinnern uns, dass man sogar für das Barrel-Öl Geld bekommen hat an den Börsen. So krass war das damals durch den Corona-Dump. So, ja doch, machen wir mal hier. So, auf dem Pixel genau. Wo ist mein Aim heute? Machen wir gleich im Detail. Okay. So, Monthly machen wir gleich. Wir switchen jetzt nochmal in den Daily, um uns das hier anzugucken. So, merkst du was? Ich habe ja gesagt, ich zeige dir, warum der Kurs jetzt hier stoppt, warum er stoppt. Das ist unsere schöne Linie, beziehungsweise, perfekt, haben wir schön getroffen. Du siehst ja hier, many Kontaktpunkte, wenn man so schön sagt. Das heißt, hier, wenn der Kurs hier nicht drüber steigt, also dieses Low, was er jetzt hier baut, bei 20.400 aktuell, ist nicht gut. Um das Ganze mal ein bisschen für dich zu entwirren, machen wir erstmal hier die lustigen Kreise weg. Und hier die Bärfleck ist jetzt aufgeraucht. Die brauchen wir auch nicht. Und, naja, komm, das brauchen wir auch nicht. Also, ich hoffe, so ist es wieder ein bisschen klarer für dich. Das heißt, hier ist das Damp-Niveau einfach schon vorprogrammiert. Zum einen, wie gesagt, kommt der Pump jetzt hier, weil das Ganze hier sehr, sehr hart nach unten gedroppt ist. Und, ja, irgendwo ist dann halt erstmal eine bullische Gegenbewegung. Und knapp bei 20.000. Das heißt, der Kurs möchte eben diese 20.000 nicht verlassen, nach oben schreiten. Wir wissen aber, 19.942 und ehrlich gesagt, die 20.000 müssen im Monat halten. Trend-Dinie hier oben haben wir auch schon geklärt. Solange der Kurs nicht wieder Eintritt schafft, das heißt, solange der Kurs nicht das hier irgendwie macht und hierauf kommt es an, brauchen wir hier gar nicht bullisch zu werden. Beziehungsweise, wir werden jetzt gleich nochmal in den höheren Timeframe gehen. Ich glaube, das habe ich ja schon mal 30.000 Mal erwähnt. Wir machen das jetzt einfach mal und gehen in den Monthly und dann siehst du auch, warum der Kurs jetzt hier so schön aufgekauft wird. Wie gesagt, einmal um, hier sieht es sogar noch besser aus als in den kleineren, aber zum einen möchte er selbstverständlich, wie gesagt, in oder überhaupt dieser Trendlinie erstmal schließen. Aber du siehst hier, das Low der letzten oder der letzten Monate, beziehungsweise des 1. Juni, dieses großen Drops, möchte aufgekauft werden. Und das lag bei 19.942, was hier tatsächlich dann war, beziehungsweise der Schlusskurs. Das Low lag bei 17.500, das weißt du ja, aber der Schlusskurs eben bei 19.942. Hier ging es natürlich nach oben, hat dann, wie gesagt, hier oben nicht den Eintritt in unser Falling Wedge geschafft und ist jetzt dabei, hier zu konsolidieren, beziehungsweise es so aussehen zu lassen, als würde der Kurs irgendwie pumpen. Ja, kann man so sagen. In der Relation, wie gesagt, ist es nicht gut, was da passiert. Wir holen uns jetzt schon mal, wir machen nochmal die Reise von klein nach groß. Der Kurs ist jetzt, du siehst es, stark volatil nach dem Drop. Wir machen das bitte heute mal, ja, auf jeden Fall den stochastischen RSI. Ich weiß, überlegen, ob wir die EMA-Ribbons mitnehmen. Ach komm, hau rein, ich glaube, die sind heute mal, die sind heute ganz gut. Also, so, zack, zack, zack. Hier siehst du, zum einen ist der Kurs überkauft. Im RSI sind wir im überkauften Bereich deutlich, auch nach dem Nachpump. Also die Bullen wollen einfach den Kurs jetzt nochmal zum Monatsende hier hochdrücken. Bringt halt relativ wenig, haben wir ja schon mal besprochen. Das heißt, der Drops ist noch nicht gelutscht, aber sehr, sehr hakelig. Das heißt, der 1-Stunden-Chart ist hier dabei, bärisch zu crossen. Der Kurs ist über die Ribbons durchgebrochen. Könnte selbstverständlich aber Positives bedeuten. Der Kurs müsste aber hier bei 20.077 am oberen Band, beziehungsweise 20.078 siehst du es hier rechts, schließen, damit er ein höheres hoch baut, beziehungsweise damit er über den Ribbons schließt, um weiterzugehen, damit hier das Flippening stattfindet. Das heißt, aktuell hat er immer die Ribbons als Widerstand gehabt. Das Flippening würde bedeuten, er hat dann die Supports. Hat er aktuell noch nicht. Das heißt, das Risiko ist gegeben, dass der Kurs nochmal auf das Key-Level, ich will ja mal Support sagen, aber es ist kein Support. Du siehst, der Kurs schlängelt sich hier einfach nur rum, anstatt jedes Mal nur diesen Support anzutesten und nach oben zu gehen. Also, Key-Level, kein Support, müssen wir erstmal gucken. Immer im Auge behalten, Key-Level ist unter 20.000. Und der Mensch ist ja so gepolt, 19,99 ist nicht 20 Euro. Ja, 19,99 Euro, richtig günstig. Naja. So, also, 2-Stunden-Chart sehen wir hier auch. Stopp bei den Ribbons, also der Kurs ist hier dabei, runterzugehen. Ansonsten sehen wir hier schon mal der Support hier auf 19.942 könnte hier schon gegeben sein, durch die Ribbons und nach oben. So, also, das ist jetzt hier unsere Range, auch wenn es hier keine glatte Seitwärtsbewegung ist, sondern die Aufwärts-Trend, der Aufwärts-Trend, Aufwärts-Trend-Linie ist, glaube ich, auch gutes Deutsch, aber der Aufwärts-Trend hier ist die begrenzende Variable, die wir hier haben. So, ansonsten auch hier, 2 Stunden sind bärisch, 4 Stunden und hier gilt es, ist auch bärisch. Das heißt, der Pump könnte hier zu Ende sein. Hier müssen jetzt die Bullen wirklich Gas geben und Volumen reinpumpen. Und im Daily siehst du, wollen sie eigentlich auch. Also, trotzdem, selbst wenn wir hier diese Trendlinie uns erstmal außen vor lassen, der Kurs möchte, also eigentlich möchte er weiter runter. Zack. Er muss die 20.000, oder damit er hier wirklich die letzten Lows einholt, muss der Kurs die Range übertreffen von 20.783. Also, selbst wenn er hier die Trendlinie schafft, die hätte er ungefähr durchbrochen bei 20.573, muss er tatsächlich diesmal höher, weil wir wissen ja, in der letzten Zeit waren immer so diese halben Zahlen, also 20.5, 22.5 und 23.5. Hier wichtige Level 21.5 nicht so. Nun aber, ein bisschen Spaß muss ja sein, mal in die Market Maker 20.783 anpeilen zu wollen. Können wir auch erstmal so lassen, glaube ich, bis morgen, bis wir das hier sehen. Ansonsten möchte der Kurs, wie gesagt, hier oben, das heißt, kurzfristig, wie gesagt, unser Support antesten, vielleicht dann nochmal nach oben in der Woche. Das heißt, erstmal möchte der Kurs in dieser Woche nach oben gedrückt werden. Sieht aber vom Technischen hier oben nicht danach aus, dass das gut ausgeht. Denn, wir haben ja schon vor zwei, drei Wochen gesagt, Achtung, September Crash kommt. Du siehst es hier, wir machen auch wieder Kontext. Wie gesagt, wir sind hier im Großen. Wir machen mal die Ribbons ab hier aus, sonst verwirrt das, glaube ich, ein bisschen. So, der Anstieg ging von Juni bis August, geht jetzt runter. Das heißt, so schnell in diesem Timeframe wird es nicht gehen. Deswegen Mitte September, im Laufe des Septembers, Oktober, wird es hier, oder sieht es so aus, als würde es knallen. Wir werden dann wahrscheinlich im September, deswegen gerne nochmal ein Abo dalassen, uns anschauen, wo die Reise hingeht. Es gibt ja zwei Theorien. Das eine wäre 15.000, auch das könnten wir uns angucken. Eigentlich, wenn man sich so Corona-Dump und so 2017 bis heute anguckt, Also 10k sind es nicht gerade, also so 10 bis 12k sind es tatsächlich, die dort aufblinken, geflasht, also die einfach das Signal geben, dass dort eben die Trendwende sein könnte. In dem Bereich werden wir nochmal näher darauf eingehen, wenn wir jetzt den Monatsschluss haben. Deswegen lohnt es sich, dabei zu sein. Gut, ich glaube, wir haben das jetzt hier besprochen. So viel gibt es tatsächlich nicht. Ich hoffe, das kurze, knackige Video konnte dir weiterhelfen. Wir switchen nochmal in die Monatsansicht, dann hast du nochmal das Bild, worauf es ankommt, beziehungsweise wir machen das hier weg, machen hier einen Kontext mit rein und dann siehst du es. Also, Trend möchte beibehalten werden, 19.942 ist das Low, was hier hochgedrückt wird und der Kurs will und sollte gepumpt werden Richtung 20.783 hier mit meinen Zahlen. Du kannst selbstverständlich andere haben. Deswegen nochmal mein Hinweis, zeig das Video gerne deinen Freunden und Bekannten, teile es gerne auf Social Media, ist ja alles kostenlos. Gerne auch noch einen Daumen hoch da lassen, wenn es dich informiert hat, dich vielleicht mal auf eine andere Idee gebracht hat. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir dich oder wenn ich dich morgen wieder begrüßen darf. Also, mach's gut.